Und damit Servus und herzlich Willkommen zurück bei Chromie.de und bei diesem Video. Im letzten Lore-Spekulationsvideo sind wir ja so ein paar Fakten-Leaks durchgegangen und ich habe ein bisschen offen gelassen, wo das Ganze hinführen könnte. Und genau das möchte ich heute in dem Video fortführen. Aber wir haben auch einen weiteren Leak für 11.07 und zwar ein Cinematic. Das möchte ich euch nicht vorenthalten, das packen wir aber am Ende, weil ich möchte jetzt erstmal die Spekulation ausführen und dann nehmen wir uns den neuen Spoiler, das Cinematic vor, beziehungsweise wir haben den Text vom Cinematic und gehen darauf auch nochmal ein. Wir haben ja so ein bisschen überlegt, wie könnte, oder weil ich ja gesagt habe, Sageras kommt wieder und Illidan kommt wieder. Und dazu habe ich eine große Theorie, ich sag mal so ein ganzes Konstrukt, was ich irgendwie aufgebaut habe, ähnlich wie damals, wo ich, bevor Dragonflight erschienen ist, auch Dragonflight mir so ein bisschen zusammen konstruiert habe. Da geht es vor allem auch dabei um die Spekulationen rund um die Titanen, Sageras, Illidan, was ist daran wichtig, aber auch so ein bisschen der Kosmos, das Licht, die Leere, was ja gerade so als dieser ultimative Kampf dann im Midnight aufgeführt wird. Und da sind wir einem ganz spannenden Punkt, weil Blizzard erzählt uns momentan so viel wie noch nie zuvor. Noch nie zuvor haben wir so krasse und viele, aber auch eindeutige Informationen bekommen, wie jetzt zum Beispiel bei der Titanen-Quest-Reihe mit den Fragmenten, wo wir ja jetzt, das habe ich beim letzten Mal noch nicht mit richtig reingenommen, diesen Kern haben und ziemlich sicher uns auch denken könnten, dass Sageras den aufspringen wollte. Auch zur Erinnerung nochmal ein Fakt. Sageras konnte ja nach Arzoroth blicken, also er hat die Weltenseele damals gesehen, noch lange bevor er das Schwert reingerammt hat, und hat sich in Arzoroth verliebt, so wie er es schreibt. Er hat ihren Gelanz gesehen oder ihre Arid gesehen und hat sich in sie verliebt. Also sind wir ja schon immer von der Theorie weggegangen, dass er sie töten wollte, sondern eher befreien. Deswegen hatten wir ja auch immer die Theorie, die ja jetzt bestätigt wurde, dass Arzoroth eine Art Gefangene ist. Dazu ziehen wir jetzt gleich auch nochmal die Linie zu Eona, die ja auch zu einer Liebe zu Elun spricht. Elun, Arzoroth, das ist ja auch etwas, was für uns irgendwie, ja, sehr ähnlich ist. Gehe ich auch noch drauf ein. Also, wir sind jetzt dann irgendwann soweit und die Titanen kriegen mehr und mehr mit, dass wir hinter ihre Lüge kommen. Wir wissen, es ist ja eine Lüge, das hat Chris Metzen ganz klar auf der BlizzCon gesagt. Und wir kommen dahinter oder generell, vielleicht kommt auch Sageras oder Illidan, die ja zusammen mit dem Pantheon chillen, dahinter, was die große Lüge der Titanen ist. Und die Titanen sehen natürlich auch, was auf Arzoroth vielleicht vorgeht, ganz mit Xalatas und, 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 dass ihr großer Plan zu scheitern droht. Das heißt, sie brauchen eine Lösung und sie müssen da irgendwie gegen vorgehen. Und sie reden da vielleicht drüber. Eventuell bekommt ein Sageras, aber auch vor allem ein Illidan das mit. Und wir kennen Illidan. Illidan ist unser Hero. Der lässt sich nicht irgendwie was. Wenn er denkt, das ist falsch, dann sagt er, das ist falsch. Ich erinnere gerne zurück an die Legion oder auch an Xera, die das beide ja sehr hart zu spüren bekommen haben, wie Illidan seinen geraden Weg auch wirklich geht. Und hier kann ich mir jetzt ganz klar vorstellen, dass ein Illidan, der vielleicht die Wahrheit über Sageras entfährt, also in meiner Spekulation die Wahrheit über Sageras führe ich jetzt auch aus, dann etwas mit ihm macht. Und jetzt kommen wir mal zu der Wahrheit von Sageras. Sageras, wer ist Sageras eigentlich? Sageras ist kein ursprünglicher Titan, auch nicht vom Chaos. Sageras war noch nie grün. Es gab, glaube ich, nur ein einziges Bild mal von ihm, wo er ein grüner Titan war oder als grün böse, wie auch immer mit dem Chaos infiziert war. Aber ansonsten ist er schon immer hell erleuchtet und vor allem hat er Runen auf sich. Von den ganz ältesten Bildern, die wir kennen von ihm im Chroniken 1, doch bevor irgendetwas mit ihm Bösartiges passiert ist, wissen wir, dass Runen auf ihm waren oder auf ihm sind. Weiterhin wissen wir, dass Sageras anders aussah, immer schon als die anderen Titanen, als die. Vor allem Amantul, der Anführer des Pantheons und der Titanen. Wir haben vier von ihnen, die gleich aussehen. Das ist auch, wie ich denke, das ursprüngliche Pantheon, also die Titanen an sich, die der Ordnung. Wir haben ja bisher auch beim Tod vier Stück. Schauen wir mal, ob sich das irgendwie ausgeht. Auf jeden Fall, Sageras sieht ganz anders aus, auch Eona. Was ist, wenn Amantul die gleiche Technik und das gleiche Wissen, wie der Primus hatte, mit der Herrschaftsmagie? Denn die Runen auf Sageras Schwert, aber vor allem auf seinem Körper, sind Herrschaftsmagie-Runen. Und es könnte sein, dass die Ordnung es geschafft hat, das Licht und das Leben zu ordnen. Eona, Agrama, Kaskorov, glaube ich, gehört dazu, Sageras. Und es sieht stark danach aus, dass diese vier Titanen vielleicht gar nicht zum Pantheon der Ordnung gehören, sondern einem anderen Pantheon angehören, des Lichts und des Lebens. Generell gehe ich davon aus, dass wir eine Art Dreiergestirn haben. Die Drei ist eine sehr mächtige Zahlung World of Warcraft und hat sehr viele Sachen und sehr viele Parallelen. Gehen wir zum Beispiel die Schatulle, die wir in Tyrhold gefunden haben beim letzten Secrets of Azeroth-Geheimnis, wo man ganz zum Schluss dann diese Schatulle in Tyrhold findet. Diese ist versperrt mit Drei-Mächte-Chaos, Leere und Ordnung. Und die Drei-Gegen-Mächte sind auch ganz interessant. Licht, Leben und Tod. In meiner Theorie würde ich ganz klar behaupten, dass wir zwei unterschiedliche Parallelen haben. Wir haben einmal die Seite von Licht, die eine Verbindung, einen natürlichen Kreislauf, Leben und Tod hat. Im Licht, wo es generell, wir brauchen Licht zum Wachsen. Ohne Licht wächst es nichts. Ohne Licht gibt es uns nicht. Ohne Licht gibt es gar nichts. Im Licht kann der Kreislauf des Leben und des Todes stattfinden. Ohne Leben, kein Tod. Ohne Tod, kein Leben. Also diese drei haben eh schon eine Symbiose in sich. Aber auch andersherum bei der Leere. In der Leere herrscht das Chaos. Dort, wo Chaos herrscht, kann aber auch erst Ordnung herrschen. Auch da passt es wieder sehr gut zusammen. Und diese Schatulle wurde auch von diesen Mächten versiegelt. Und gleichermaßen wissen wir zum Beispiel auch, Agrama hat schon immer Lichtmagie benutzt. Die Paladine. Alles ist mit Agrama verbunden. Tür. Tür ist einer. Wenn wir ihn in Dragonflight in dieser Quest gespielt haben, die rund um Tür ging, dann haben wir mit ihm literally Palermoves gemacht. Lichtenergie eingesetzt, um die Feinde zu besiegen. Auch in einer Licht-Explosion geht er auf. Nichts mit Ordnung. Rein gar nichts mit Ordnung. Bei Tür. Auch bei Tür Hold. Die ganzen Zauber. Alles vor Ort hat etwas mit Licht zu tun. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Azeroth eine Hälfte eventuell die Hälfte des Lichts ist und die andere Hälfte ist die Lune. Das Dunkle. Zusammen ist es Azeroth. Vielleicht hat auch Azeroth noch eine andere Seite oder den Namen Azeroth auf der Lichtseite hat eine andere Seite. Das kann sehr gut sein. Da haben wir unser Spiel auch immer, dieser zwei Monde, die zwei Kinder, was gehört zusammen. Und das gibt es ja auch schon lange in World of Warcraft. Aber um es weiter auszuführen, ist Sargeras und Eonar oder vielleicht Agrama einfach nur damals mit dieser Domination-Magie, die auch der Primus beim Kerkermeister eingesetzt hat, aber auch dann andersrum, ist der einfach geordnet worden. Nehmen wir es mal so. Um die Welt und Azeroth, die ja eigentlich in dem Lichtspektrum ist, zu ordnen und der Ordnungsmagie hinzuzufügen, also das Gleichgewicht zu stören, wie auch der Kerkermeister gesagt hat. The cosmos divided will not survive, weil die Ordnung gerade eben in das Lichtparameter eingreift. Und wie wir wissen, der Kerkermeister war für den Tod. Also auch quasi auf unserer Seite. Gegen die Titanen. Und das ist etwas, was mich, wie ich finde, einfach sehr genial finde. Ich fände, es würde passen und sehr gut in diesen Kosmos auch reinpassen. Aber wenn Illidan das Ganze mitkriegen könnte, würde, würde er eventuell, ich meine Illidan. Illidan ist Illidan, der hat einen Dämonen in sich. Wie einfach wäre es für ihn vielleicht, Sargeras in sich aufzunehmen? Sargeras hat das schon öfters gemacht. Medivh. Wir kennen das. Also Equin und dann rüber in Medivh. Vielleicht macht er das dort auch. Oder Illidan macht es einfach mit ihm, weil er es eh schon kennt, wie man einen Dämonen in sich aufnimmt. Wir wissen auch, dass die Titanen, als sie damals von Sargeras zerstört wurden oder getötet wurden, ja im letzten Moment sich in ihre Hüter reinflüchten konnten. Also die Möglichkeit dafür bestände. Illidan reist mit Sargeras zurück nach Azeroth und wir erfahren die Lüge der Titanen. Daraufhin versuchen wir den letzten Titan, der dann wirklich gereinigt ist, weil er eben da Pesseln von sich gelöst gekriegt hat. Wir haben Sargeras von dieser Runenmagie befreit und er ist jetzt wirklich klar denkend. Er weiß, was jetzt wirklich Sache ist und dass wir auf seiner Seite stehen und dass er uns vielleicht auch braucht. Und dann werden wir in Ulduar für ihn einen neuen Körper schmieden. Er zieht's schwer draus und der Kampf gegen die Titanen fängt an. Da kann man natürlich sehr viel machen. Wir werden nicht, dass auf Azeroth selbst ein Sargeras gegen die Titanen kämpft. Das könnte so ein Skybox-Fight sein, während wir gegen gewisse Hüter kämpfen, die sich nicht uns anschließen. Wir kriegen schon mit bei Tyr in Dragonflight, dass er, na doch ein bisschen anders denkt mittlerweile über die Titanen und vielleicht umgepolt werden kann. Aber auch ein Archedas könnte eventuell jetzt bald aufgedeckt werden, dass er nicht mehr ganz so dahinter steckt. Auch ein Ra. Ein Odin hingegen ist natürlich ganz klar auf der Seite der Titanen und gegen den müssen wir kämpfen. Und ganz im Ernst darauf würde ich mich freuen, ihn endlich wirklich wegzuboxen. In einem finalen Kampf, Tyr gegen Odin. Ich hätte Bock darauf. Und das wäre dann der ultimative Fight. Wir gegen die Ordnung. Das würde eine Menge aufklären. Wir hätten sehr viel Azeroth-Bezug, sehr viel Oldschool-Bezug mit Illidan und mit Sargeras, was sie ja in Shadowlands nicht geschafft haben, diesen Bezug mit dem Lich King irgendwie zu ziehen, dass wir uns trotzdem heimatisch fühlen, aber das Ganze trotzdem erklären. Das könnte man mit einem Illidan, einem Sargeras und dem Pantheon und Uldur viel besser schaffen, denke ich. Und die Sachen sind auch viel einfacher. Selbst ein Ausflug zu Zeref Uldum, also dem Zeref der Ordnung, wäre, glaube ich, sogar möglich, wenn man es richtig anstellt. Und vielleicht nicht so... Shadowlands war zu viel auf einmal. Hätte Shadowlands eine Saga bekommen, wäre es auch wesentlich einfacher zu erzählen gewesen. Und da kann man sehr viel mit sich, ja, zurückbringen. Ich finde, das ist definitiv meine Spekulation für die World Souls-Saga. Und die wollte ich hier dann mal ausgeführt haben. Kommen wir jetzt aber zu dem Spoiler, Spoiler, von den Haronier und den Cinematics. Ich lese es vor. Das ist ein Cinematic, was in 10, äh, 1107 jetzt kommen wird. Und zwar Orvenias Weltenseelen-Vision. Orvenia meditiert unter dem Kristall in Heilsturz und ihre Verbindung zu Azeroth erwacht zum Leben. Wir bekommen einen Eindruck von ihrer Verbindung zur Weltenseele und eine Ahnung davon, wohin uns die Zukunft führen will. Und das ist sehr spannend, weil wir dann einen Blick Richtung 11.1 bekommen. Das wird wohl die Zukunft sein. Da bin ich auch sehr gespannt, was uns die Warcraft Direct da in dem Sinn bringt. Denn es wird wirklich spannend, wo die Haronier uns dann hinbringen. Weil sie könnten der Schlüssel sein, genau diese Spekulation, die ich gerade aufgeführt habe, zu erleuchten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Elun, Azeroth, Licht, Leere. Damit könnte sich auch Xalatastan tatsächlich, ja, zeigen, wer sie wirklich ist. Was sie wirklich ist. Ist sie ein Repräsentant von der dunklen Seite, von der leeren Seite, wo wir ja unseren Repräsentant vielleicht Anduin haben? Ich finde das Ganze sehr, sehr spannend und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Werde das natürlich, oder wir werden das natürlich auch im Lorewalker dann ausführlich nochmal besprechen. Morgen, also wenn das Video hier rauskommt, wahrscheinlich morgen, kommt ja dann die Warcraft Direct und da werden wir auch nochmal sehr viele Informationen haben. Wer das zusammen mit mir gucken möchte und meine Live-Reaction, ich werde das höchstwahrscheinlich streamen und wir werden uns das alles angucken und dann natürlich drüber sprechen. Ich bitte euch da sehr, kommt gerne auf Twitch vorbei und knackt mit mir im Twitch-Chat darüber. Ich würde mich freuen. Ansonsten werde ich natürlich wahrscheinlich die Reaction da drauf auf den Ancut-Kanal. Ich danke euch sehr und wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Was haltet ihr zu meiner doch sehr aufgeblähten Spekulation? Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen von dem Video. Gerne einen Daumen dalassen, Abo und bis zum nächsten. Servus. bookivisimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimusimus